Minus 30 prozent schaden 20 prozent rückstoß 17 prozent schaden aber dafür minus 10 prozent knockback jay was machen denn eigentlich diese lightning balls die du da hast für lightning bohrer lightning boots okay kein schild oder so ich hab da auch noch zeug zwei noch nicht direkt peter ohne spaß ja ohne spaß ich glaube ich habe die ganze zeit so ein paar sachen über die erst noch schön an ziegel doch schon über 300 adamantit erz und hier und was haben wir noch so schönes und gleich von peter habe ich noch und gar nicht kann sein ich habe wahrscheinlich auch noch eine hose habe ich da auch noch ein bisschen aufgesammelt wo ist jetzt die truhe wichser habe ich das noch habe ich das noch und dann habe ich die truhe da hat jetzt noch irgendjemand eins der rohstoffe wasser blink rots mingl oder gold erz alter jay okay du willst es nicht anders denn es hat mich denn es hat mich von mir hast du hast du entweder mond land wasserflaschen ich habe ich habe normale flaschen ich habe ich habe auch noch normale flaschen aber die können noch was machen ist kein problem doch ich habe einen mundglau habe ich ja guck mal tut mir ich habe 47 seelen mittlerweile hat er gemacht einen abgang nur weil er genug hat üblicherweise das standard halt fick dich ich fahm dich für andere mit alter was willst du eigentlich jedes mal von mir ja du bist halt jedes mal ein egoistisches arschloch das stimmt doch überhaupt gar nicht einmal habe ich hier gefahrt was du denn einmal wo du obsidian gefarmt hast meinst du wirst du zirurgel oder was? zieh den kleidchen und hol nicht rum alter ich hatte schon ein kleidchen an alter fatter was sonst es sieht echt aus dass du dir die ganze zeit die völle fegen würdest uiiii was hier ist was die attacke loo alter scheiße kompass willst du den haben? ja ich habe schon einen alter ich schrubbel gerade ja und dann denke ich mir okay welcher witz hat denn da eine truhe auf den langen geraden weg gebaut und dann ist das eine gegnerische truhe die mich angreift oh da hinten ist wieder ein Typ sehr gut na 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 schrubbi 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 schrubb ja na na ja aber ich kann den Tr divisions nehmen ich habe nur 140 leben alter noch einer ich bin tot neeeeeeIN und ich muss laufen was macht ihr renn zurück alter da ist gerade zwei von gespawnt und man konnte nicht zwei zepter ausweichen es ging einfach nicht ne wenn ihr den dingern Aber die sind einfach zu kriegen, falls einer helfen würde. Ja? Komm mal einer runter. Oh, bei Hardy wollte er runtergekommen. Was brauchst du? Nein, ich hab's noch einen. Ach so, du hast noch einen. Was ist das denn, ein riesen Beachball? Nein, du hast ihn gleich schlau. Dauert gar nicht lange. Jay, bleib mal stehen. What the? Ihr wisst, wenn einer doppelt einsammelt, dann musst du wieder auseinanderziehen, ne? Oh, ich hab jetzt. Ich teile da alle abgehauen. So. Wer hat noch nicht? Ich reihe mein Pferdchen. So, alle Kanonen raus und los geht's. Lol. Der Spaß-Minator. Alter, wie das aussieht. Wie das aussieht. Aber nein. Wieiii. 4, 3, 2, 1. Kaputt. Oh. Easy. Aua, aua. Was ein Lutscher, Junge. Na wohl. Na wohl. Na wohl. Ja, das war's. 4 Stunden Farm für. Hau rein. Das war's. 10 Sekundenspaß. WTF, ey. Haben wir eigentlich nen Mechanical Skull, dann könnten wir den jetzt auch noch direkt beschwören. Ja, hab ich wohl. Ja, dann hol den mal. Dann mach mal einen. Dann beweg dich mal. Weil dann können wir den hier oben auch direkt plätten. Der kann nämlich auch nix. Ach komm, ich baue mich hier kurz mal. Warum nützt du nicht den Spiegel? Da ist aber kein Boss dabei, aber das ist ja egal. Wollen wir kurz da machen. So. Einfach drauf. Drauf, raus, 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 raus. Ha ha ha. Bitch, please. Ey, er hat voll viel Leben. So, cool, das ist die erste Hand schon down. Dritter Arm tot. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich bin Superskeleton. Ich bin schon tot. Ja, das war's. Das war's. Ja, das war's. Ja, dann kommt da noch so eine Bitch. Ja, das war's. Ist doch, die haben die eigentlich irgendwas Spannendes? Äh, ne, die haben Soul of Bright fallen lassen. Ja, dann lass jetzt Pantera machen. ist tricky aber auch wenn kein ding kommt verpiss dich weiter frisch die schaden viel schwerer Jaaa, vielleicht hab ich dann einfach nur so im Gefühl, weil ich alleine gegen die gekämpft hab. Ja, wahrscheinlich. Jaaaa, das war richtig knapp, ey. Scheiße, war das knapp. So Leute, also ich habe einen Pick Me Stuff bekommen. Ey, wir können das Schloss hier aufmachen. Stimmt, wir können direkt den Golem machen, go go. Stimmt, wir können direkt den Golem machen. Die machen super viel Damage. Oh, da ist ne Falle. Ich habe nicht gesagt. Aua, Aua. Da fallen wir, da sind die Fallen. Ja, da sind sie Fallen. Glauben, die können doch nix. Das kann nicht sein. Wieso sind denn hier keine Aua? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, da kommt ja tausend raus. Alter ohne Witz. Christian, Christian ist tot. Hammer. Christian ist tot. Hammer. Da waren zu viele. Ja, da waren glaube ich fünf Stücke. Aua, Aua, Aua. Drei, zwei, eins. Kreuzen. Alter, wieso sind die nicht zielsuchend? Aua, 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 Aua. Wir sind nicht zielsuchend bei gegnerischen Spielern. Peter ist so eine feige Sau. Aua, 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 Aua. Das geht mal unendlich. Da wird ja gewischt. Aua, Aua. Aber noch nicht alle auf mich, ihr Wichser. Ihr Wichser! Ihr Wichser! Ihr Wichser! Ihr Wichser! Christian geht auch drauf! Ihr Wichser! Auaah! Wieso kann ich mich hier durch nicht treffen? Wie frech ist das denn? Ja, du kannst mich nur mit den Wolken treffen. Oh, Peter willst dich echt hinterfragen, ich hab mehr Life als du. Boah, Alter! Böses Peter. Geh weg! Oh mein Gott, ich sterbe. Nein, mein Spiel hat minimiert! Nein! Jawoll! Seid mal zuerst am Karton. Ah, die hat mich gekillt, die Sau. Ja. Mein Spiel hat minimiert! Nein! Ich bin dran, du Arsch! Fuck. So, wer lebt denn noch? Beat? Chris? Haha, komm, ich stelle mich jetzt immer dazu! Haha! Wuhuuu! Disco Pogo! Wuhuuu! Ich muss sie weg! Ich muss sie weg! Ich muss sie weg! Oh, Bram war die und Bram war die Beat, oder? Ey, nicht hier abhauen, Bram! Au! Boah, was für ein Schatz! Oh, ich fall hier voll runter, ey! Scheiße! Boah, wie ich auf den Sack krieg hier! Ey, wir hatten da was gefressen! Ich? Ich hab einfach meinen Buff erneuert! Ah, ja! Oh! 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 Ja! Oh! Leute. Tschüss.